oh ja ja stimmt ja genau dass das video was abgestürzt ist diese schilder da habe ich mich letztes mal schon drüber aufgeregt und die sich ja oben selber auch dann ja nimm es schon auf ja krass unten werden sie als kinder bezeichnete oben haben sehr spezialwaffen schon so und und Kenneth sind super Spies, richtig? Und sie gehen auf. Oh, shut up, shut up. Listen. Und ich searched überall. He just vanished. Well, my agents informed me that he left the country under a false identity about four weeks ago. But after that, the trail went cold. Anya, did you notice anything peculiar about his demeaned lady? No. I don't know. Depression, maybe. Sometimes he doesn't talk for a day. Just like in the silent. I don't know how he is. Always brooding. Yeah. I need to go after him, Grace. I have to stay here and watch over my girls. You are the head of the FBI. Isn't there anything you can do? Listen. Trust me. If there was anything, any of the agencies could do, girl, you know I would be all over that shit. You know what the bottom line is? He doesn't want to be found, Anya. And if BJ fucking Blazkowicz doesn't want to be found, there is nothing. And no one on God's green earth that's gonna find his ass. Yeah. He's fucked. Screw this. People look for him. No one ever does anything. Loser, Scott. We gotta do something. What would Arthur and Kenneth do? There are characters in a book, Jess. I'm that asshole. I'm thinking all around. I'm getting something from upstairs. There's nothing up there. Wow. None of you knew this was here? Megatube. What the hell is this place? Check this out. That's Seth's handwriting. Who is this? Codename Blackbird. Paris Catacombs. There you have it. That's your lead. He's in Paris. You know, if we say something, they aren't gonna do jack shit. Well, I guess it's just up to us, Ben. What do you say? What time is it? I think it's time for Arthur and Kenneth to philosophy this sticky wicked. Fuck yeah. You guys are weird. Addy's super special. What the fuck do you think you're doing? We're going to the hamburger bar, Mother. Addy? Get back here right fucking now. You're breaking up. Abby! Dumm gelaufen. Let me show you something. Die lachen. Ja. Total durch, ne? Why did you get these power suits? Made them. All the Nazi generals have these nowadays, so you will need it. Holy fucking shit. You're pretty awesome, Abby. I just finished one of Seth's projects. It was his dying wish. I have more things I'm working on in the cargo hold. No wonder Grace wants you to join her advanced research division. Maybe she'll send you to Juvie instead. Sounded pretty mad you still a ride. You think she cares for other things? I don't care what anyone thinks. Paris, they call it. Okay. Hmm. Hmm. Are you Blackbird? And who might you go speak? Ach ja, genau. Da sind wir ja ausgestiegen, ne? Aus dem Luftschiff. Genau. Just like Daddy told us. Ja, super. Good job, girls. General Winkler, out of the picture. Now come back to the catacombs. Juju wants to talk to you. On it. Congratulations, girls. General Winkler is dead. You really were born to kill Nazis, hm? Well. You are a... So. Mittlere monsters are pressed to perform at take down. When your human-sized enemy barrier has to be destroyed, approach the enemy. Oppressive performance frontal take down. Take up human-sized enemies. Allow us to perform silence take down. Blablabla. Sir. Oh oh. Eieiei. 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 Ich hab jetzt irgendwie mehr Waffen? ja irgendwie alter schicken wir uns gleich gut wie bei jedem shooter man muss in bewegung bleiben vertragen die jetzt mehr dass meine waffe hier beschissen hat scheiße jetzt bin ich am boden halt ich muss mir erst mal dran gewöhnen ist ja bei dumm ganz anders ich irgendwie in deine richtung noch krabbel ich werde gleich wieder belebt ich bin auch umgefallen ja okay alles klar das älter schon wieder you have died krass was war da los bei doom ist das anders da kannst du die anschießen dann blinken die dann zerstörst du die dann hast du gleich wieder energie ne und hier muss man echt so ein bisschen gucken anders spielen ja das stimmt ich mal gucken weil wir haben doch bestimmt auch granaten und so ne ich habe noch keine gesehen und gefunden wo kann die überhaupt wieso waren die überhaupt da jetzt sind keine da kommen da hinten ist die frage ob man die überhaupt so platt machen soll oder ob man lieber vorbeischleicht der ist in deine richtung gegangen oder ja ich kümmer hoch ich glaube wir haben ihn gleich ja ich habe seinen rucksack erwischt ja komm her ihr nimmt das jetzt habe ich nicht viel mehr waffen als das letzte mal da ist komisch oh gott schnell weg die haben keine verfügung also keine verstärkung das gut dann können wir die ja platt machen ich hoffe mal ich arbeite schon mal dran ja ja nimm das nazi fresse so die können ja auch sauer werden das warst du ja man kann die wenn man glück hat den rucksack von hinten erwischen das genau aber das alte wieder so ein fetter das gibt es auch gar nicht ich glaube ich habe ihn gleich lebst noch ohne ja 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 ich mache gerade den jo ich habe ihn ganz fetten der da wiederum gelaufen ist ja einer ist schon auch tot also sogar mehrere hier kannst du auch noch looten hier sind auch noch boxen und so ja mal nachladen ist ein rucksack ok so ich komme mal wieder mit raus so hier habe ich alles eingesammelt aber schieße mal auf dich das gibt es ja gar nicht echte schweine echte friendly feier hier alle hier warte mal so kommt noch einer oder was das ich bin mir noch nicht sicher ach du bist das mhm genau ich hab ja ok wir müssen jetzt hier rein ne quasi ich glaube ich sammle noch mal ein bisschen hier munition ein ah hier braucht man code sie schickt uns den code hier gibt es noch so viele schöne sachen aber warte mal dann loote ich auch ich will auch looten die 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 auch im geheimraum da ist eine kiste hinter hier ist man denn hier ist auch eine kiste oh ich habe gerade mit der mittleren maustaste versucht zu markieren ne oh hier liegt ja ganz viel rum überall noch ja oh viele schöne sachen hier kann man richtig schön hat ja hier liegen ja wirklich viele schöne sachen rum so warte mal da war auch noch was achso ne das ist ein maschinengewehr halt ihr kannst ja einsammeln also als gäbe es keinen morgen achso so da war ich schon da war ich schon drin so hier liegt noch was hier ist noch eine kiste genau kontrollpunkt da war ich auch schon drin so sie wollte mir doch den code zuschicken ne Jess needs a code so jetzt kommen wir zu zweit hier warte mal äh zu zweit ne ich glaube einer muss da in der hütte ist so ein apparat sonst kannst du da bleiben oder kannst du auch hier in der hütte ist eins so ein apparat und achso dann müssen wir wieder ein code generieren ich glaube ich glaube das ist das was wir machen müssen kannst du mal gleich geht es ja generate code ja oh das ist ja super enter to hold to generate 0 2 8 0 das ist ja super was geht los ich höre sie schon ja hier ist noch eine kiste geil wie desorientiert er hier irgendwie rumläuft oh level ab ability point achja das müssten wir auch mal machen ne hm aber dann zwischendurch machen ja genau Oh, hier finden wir Granaten. Und mit G können wir Granaten dann werfen. Das ist ja mega. Oh, das wird richtig gut. Oh, hier haben wir noch eine Kiste zu zweit. Jawohl, gibt's noch mal Leben. Oh, Share it live. Oh, das ist ja... ...schön, super. Ja, ich würde sagen, Ability, genau. Ich würde mal schauen. Wahrscheinlich... Warte mal, wie machen wir das denn? Tab ist es nicht. J. J, okay. So, Charakter... ...Mind. Ein Punkt habe ich, den ich verwenden kann. Jo. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Ach, ich habe fünf sogar. Warte mal. Dann können wir den noch... Unlock der Level. Warum geht das nicht? So, ich kann jetzt hier oben... ...you can... ...disability. Ach so, weil ich auch nur einen hatte. Alles klar. Ich dachte, ich hätte fünf gehabt oder so. Alles klar. Jetzt habe ich erste Hilfe. Und, ähm... ...Energie habe ich bis 125. So, was haben wir bei den Waffen? Stimmt, die Waffen kann man ja jetzt auch verbessern. Mh... ...Maschinenpistole. Unlocked at level 15. Okay. Da kann ich noch nichts machen. Gucken wir mal bei den Sides. Da kann ich auch noch nichts machen. Da auch noch nicht. Da auch noch nicht. Da auch noch nicht. Okay, ich kann... Unlocked at level 15. You do not have enough funding. Okay. Ja, mehr kann ich... Ach so. Collectibilities. Readables gibt es hier. Die neue Wahrheit. Okay. Das ist aber nur... Ja. Okay, nö. Dann war es das bei mir erst mal. Ja, kann ich gar nicht machen. Oh, das ist ja echt viel hier. Alter. Boah. Habe mich doch einer hier umgeworfen. Ich komme. Wo bist du? Äh, hier oben. Äh. Ist schon... Hm, hm, ich komme. Oh, das geht hier schon. Gut. So, Granate. Und hinten in den Arsch geschossen. Yo, der ist... Der große ist platt. Da ist noch ein großer. Oh, der ist auch platt. Hier kannst du ihr Fahrrad klauen. Aber wie viel fressen die denn? Ja, die brauchen ganz gut, ne? Oh, Loote. Und es wird hier gelootet. Wow, das hat wehgetan. Schade, dass man hier nicht durch die Fetzer springen kann. Aber ich bin immer im Gebäude, ne? Das stimmt. Das wäre auch ganz gut. So. Das ist übrigens bei Doom ganz witzig. Da, äh, bekämpfen die Monster sich ja auch mal gegenseitig. Das wäre immer ganz geil. Wenn du so vom Weiten guckst, äh, hauen die sich gegenseitig mal auf die Fresse. Das ist praktisch. Ja. Ja, die sind hier richtig gut unterwegs, die Jungs. So. Hier liegt ein Pinsel rum. Na, ganz toll. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay, hier war ich aber schon drin. Hier ist nix, was man öffnen kann. Oh, es gibt aber ein schönes Floppy-Terminal hier. Oh. Oh, jetzt muss ich hier auf dich warten. So. Ich komme mal. Ich weiß nicht, wo du mich brauchst. Hm. Ah, du kommst genau auf mich zu. Ah, alles klar. Ich dachte, du brauchst mich nicht mehr. Genau. Hat ja so auch schwere Türen, ey. Heftig, heftig. So, Checkpoint. Checkpoint ist immer gut. Das stimmt, jetzt können wir auch fröhlich wieder sterben. Ja. Armor full. 50 Silvercoins. So, press the left mouse button. So, press the left mouse button. To shoot open a pallet door. Achso, okay. So. Yeah. Wow, welche Errungenschaft. Jetzt möchte er uns hier sagen. Achso, C zum aktivieren. Genau, jetzt können wir C öfter mal benutzen. Sagt er hier. Damit er uns da nicht sieht, ne? So. Hm. Ah, hier ist auch noch eine Kiste für uns. Dann machen wir die mal auf. Oh, mal gucken. Da sind doch immer diese Holzkisten hier. Da gibt's immer ein bisschen Kohle drin. Hm. Stimmt. Erinnert mich ein bisschen an Fortnite, finde ich hier. Wie er das so aufhackt. So, okay. Ach, hier kann man doch aber auch rein, oder? Oh, ja. Oh, die schöne Lootbox. Okay. Da können wir noch nicht rein. Boah, gute Sachen wieder. Ja. Alles gut. Genau. Oh. Was? Wo ist er denn? Oh nein. Oh. Das war's mit leise. Hm. Oh, hier ist der Kissen mit dem Kot. Aber er schießt auf mich, deswegen kann ich hier nicht. So. Minimap. Okay. Aua. Alter, der ist voll an. Da ist ja auch einer drin. Ich hab mich vorhin schon gewundert. Ach, der hat mich ja fast fernsicht gemacht. Warte mal. Der steht. ZT Nummer hier. 3, 4, 0, 5. Was ist denn hier ein Ding? Ne. Na. Werfen wir mal ein paar Granaten darunter, so aufpassen, dass ich die nicht in unsere Richtung werfe. Ich hab mal eine andere Waffe nehmen. Oh, jetzt fängt die Musik an, jetzt kommt bestimmt, oh, was ist das denn? Drohnen. Krass. Oh ja, es sind jetzt einige hier, die kommen. Hm. Ja, komm, den. Machen wir hier noch platt. Was ist das schon? Aua. Von hinten wieder. Floppy, aber ich hab keine Diskette. Aua. Jetzt reicht's hier, aber warte mal. Brutzel die jetzt mal ein bisschen durch hier, ne? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich bin rechts ausgestiegen. Achso, du bist umgefallen? Warte mal. Ja, ja, ich war ja noch da oben. Ich wusste gar nicht, dass du weg warst und dann kamen sie von hinten rein. Oh, ich hoffe, dass ich hier überhaupt rein kann. Wie ich hier rein kann, warte mal. Yo. Ich muss mal mehr auf die Minimap gucken. Ich bin hier nämlich, äh, wenn du jetzt rechts, hier kannst du jetzt raus, ne? Also hier rechts. Und, äh, wenn du jetzt hier draußen bist, kannst du dann hier dieses, äh, dieses Strahlengewehr benutzen. Oh, das ist natürlich super. Ist das nur ein Viech? Ist das auch so ein ganz fetter, ne? Ich hoffe, dass ich den damit, äh, killen kann. Jo, der müsste platt sein. Ach, schön. Alter, das war ja super. Ja, aber was für ein fettes Vieh, ne? Ja. Unglaublich. So, und jetzt könnten wir theoretisch, hier ist noch ein Floppy-Terminal, aber da habe ich keine Diskette dazu. Ich habe eine gefunden. Ah, kannst du mal gucken, ob die funktioniert? Ah, ich habe auch eine gefunden, jetzt. Du bist ja drin im System, ne? Genau. Ja, also es gibt diese Codes, ich glaube, für die Kisten. Mhm. Es gibt drei Stücke, und wie, warte, ich schreibe die mal auf. 9, 5, 7, 6, 2, 7, 0, 3, und 1, 2, 3, 4. Ah, super, weil, dann können wir ja gleich die eine Kiste uns hier genehmigen. Ja. Warte mal, ich hüpfe mal rein hier. So, wo waren die? Hier links um die Ecke da. Genau, hier sind auch noch Granaten und so ein Krams. So, schmeiß mal eine Nummer rüber. Äh, 9, 5, 7, 6. Ne, warte mal, das war. 9, 5, 7, 6. Ne, hat nicht hingehauen. Dann 2, 7, 0, 3. Dann 2, 7, 0, 3.